Servus und willkommen zurück zu Bioshock 2. So, wir gehen erstmal nochmal zurück. Quatschorn drunter. So, wir haben, oder ich hab eher was letztes Mal vergessen da hinten. Beziehungsweise ich hab da was gesehen, aber ich weiß nicht was es war. Und zwar genau hier blinkt was und das wollte ich noch haben. Oh, sogar ein Bohrertreibstoff. Gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben. Mehr hab ich hoffentlich nicht vergessen. Ich weiß es nicht. So, was war hier? Ach, das ist dieser Bohrerschlag. Geil. So, dann wollen wir mal weiter und die zwei Typen hier verkloppen. Das wird ja total aufgehalten hier. Ich wollte eigentlich, keine Ahnung, um sieben oder so aufnehmen. Jetzt ist es halb neun. Viel zu viel Ablenkung hier. Erst YouTube-Videos und dann dies und das. Hier spricht Dr. Sophia Lam. Hi. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Ramchus. Natürlich. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ja. Ich wollte eigentlich schon um sieben aufnehmen, aber dann YouTube-Videos hier und da, Musik-Videos und so weiter und so fort. Dann hat Saki noch ein neues Video hochgeladen. Das musste ich mir dann auch noch angucken. Schlimm, echt. Rückkehr. Ich bin wieder ein Ratscher. Nach so vielen Jahren. Die Kleinen, die ich gerettet habe, sind erwachsen und denken nicht mehr an mich. Aber nach allem, was ich ihnen angetan hatte, war es eine Freude, vergessen zu werden. Doch jetzt verschwinden Kinder überall an den Meeresküsten der Welt. Sie werden entführt. Und so kehre ich zurück, aus Angst vor dem, was ich schon weiß. Irgendwer erschafft neue Little Sisters und führt meine Arbeit, meine Sünden fort. Und wenn es mich das Leben kostet, ich muss das unterbinden. Okay, Tenenbaum hat ja damit angefangen, in Vile Shock 1 die Little Sisters zu erschaffen. Und irgendjemand führt jetzt anscheinend den Plan fort. Oh, und hier kriegen wir irgendwas. Oh, geil. Was ist das? Das geht auch so. Ich will, Bohr. Weg mit dir. Alter, was die für einen Schaden drücken. Abartig. Was haben wir hier? Nieten. Okay, wir haben anscheinend ein Nieten-Schussgerät. Drei Nieten hat der Kerl. Gehen wir doch wieder zum Nieten-Gerät. Tauchgondel-Andock-Station. Was haben wir hier hinten? Nichts. Oh doch, Verbandskasten. Nehmen wir doch alles mit. Nein, ich möchte mich jetzt nicht heilen. Hier haben wir nix. Vorräte. Kann man hier was aufmachen? Ne. Blumen sollte mal jemand gießen. Tifi-Care. So, da hinten sollten wir lang. Dann gehen wir mal hier lang. Wegbleiben. Never. Oh ja. Hop-up-Cola. Was ist das? USB. B? Oh, falsche Taste. Hm. Egal. Ich hoffe, das Mikro übersteuert nicht wieder so wie letztes Mal. Ich, ich hab's mit knapper Not lebend hier runter geschafft. Aber hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein, mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Pu-Tah ausgesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab's Lichter. Und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasle dummes Zeug. Aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lam finde, die ich dauernd in den Durchsagen höre, vielleicht finde ich dann auch Cindy. Oh, ich bin betrunken, glaube ich. Da war doch einer. Na, da hinten. Wenn wir uns doch da mal anschleichen. Und die mit dem Mietenschussgerät voll eins in die Rübe knallen. Bam. Wie der schreien muss. Iiiiih, der tut's mit nem Teddy. Ich hör nix, also ist hier keiner. Aber Bileschock trau ich eh nicht mehr. Nie wieder. Ich will die Brechstange haben. Das war so episch. Das war die stärkste Waffe im Bioshock 1. Ohne Witz. Ohne Lille Sister. Boah. Jetzt hab ich mich von meinen eigenen Hand erschreckt. Ach ja, weil's ich nicht gesagt hab. Wir spielen Bioshock zwar auf gut durch. Ich will nicht nochmal ein böses Ende haben. Was bist du? Ja, ich soll gegen die Kämpfe. Fuck. Alter. Soll ich die bitte besiegen? What the? Schön da drinbleiben. Alter, wie fucking schnell ist die bitte? Vor allem was ist es? Mir geht bald die Energie aus, aber es ist weg. Alter. Was zum Teufel war das? Hier spricht Dr. Sophia Lerner. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran. Big Sister achtet auf Little Sister. Stört ihr die Arbeit einer Little Sister, wird Big Sister euch finden. Aha. Also das war eine Big Sister oder was? Interessant. Gut zu wissen. Wir haben so ziemlich alles weggehauen, was wir hatten. Nee, ich will jetzt nicht den... Wodka. Die Mandagen hätte ich vielleicht aufheben sollen. Uh, da ist ein paar Bandskasten. Haben wir hier noch irgendwas? Aspirin. Ah, da hinten ist nochmal Munition. Hören wir uns das mal an, bevor wir weitergehen. Diane hat darauf bestanden, dass wir das Wochenende im Adonis verbringen. Aber schon sehne ich mich nach einer Auszeit von dieser Auszeit. Wenn sie mich tadelt, weil ich zu viel arbeite, zerfließen ihre Worte für mich zu einem endlosen, tierischen Gemecker. Ich habe Rapture gegründet, weil es frei sein soll von Gesetzen. Frei von Gott. Weil ich unter Menschen leben will, für die die Arbeit ihren Lohn in sich trägt. Trotzdem, wenn Diane davon redet, ein Kind von mir zu kriegen, dann halte ich inne. Ich hatte bislang nie über mein Vermächtnis nachgedacht. Vielleicht... Vielleicht im neuen Jahr. Aha, Andrew Ryan. Lebt er jetzt noch oder nicht? Oh, ich würde gern speichern. Ich hoffe, wir treffen die... Oh, da hinten war sie schon. Ich mag die Musik, ehrlich gesagt, nicht. Die ist gut eingesetzt, aber... Boah. Creepy, creepy. Haben wir hier noch irgendwas? Eilkästen oder so? Die ist dahin, glaube ich. Da durch. Boah, das war mein Schatten. Ich will da nicht runter. Nein, tut mir das nicht an. Und dann geht das Licht aus und dann stehen wieder 10.000 Typen da. Alter Schwede. Was zum Teufel. So eine Art Cutscene, oder? Weil ich konnte mich nicht wirklich bewegen. Doch jetzt. Äh, wo muss ich hin? Da ist nix. Was ist das für ein Ding? Das ist ne Big Sister, oder was? In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. Soweit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Ja, da ist ein Big Daddy. Was ist da? Was ist das für ein Big Daddy? Vorher war es ne Rosie, die kenne ich noch. Aber was ist das für einer? Ah, und die Musik finde ich wieder total geil. Treibstoff. Na, wir gehen hier mal weiter. Der Typ macht hier seinen Job. Oh, nett. Ein Hai. Ich hab hier nichts zum Ausrüsten. Aber das find ich echt cool gemacht hier. Alter, wie geil das halt aussieht. Sieht richtig cool aus. Muss man schon sagen, ja? Fette Skelett. Könnte ein Wal gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ja, könnte ein Wal gewesen sein. Waschbecken. Wer hier wieder reinkommt, wahrscheinlich schon. Wir werden ja nicht die ganze Zeit auf dem Ozean sein. Aha, Rapture. Alter, wie geil das halt ist. Oh, da war die fette Riesenkrake. Nee, da wird man nicht hochgetrieben. Boah. Ist der Kopf. Ah, da ist sie wieder. Lass mich in Ruhe. Ist die uns jetzt eigentlich feindlich gesinnt oder gut gesinnt? Aber irgendwie lässt sie uns doch passieren. Ja, Daddy ist zu Hause. Tch. Geil. Im Pausemenü kannst du das Spiel speichern. Nahrungsmittel wie Limo oder Kuchen werden automatisch verzehrt und stellen einen geringen Blar. Zum Wort fahren Leertaste drücken. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalte deinen Computer nicht aus. Warum sollte ich? Ach, du kommst zu mir. Wie die Kinder gesagt haben. Komm hoch zur Bahnstation. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Warum glaube ich das immer? Ja, du zwingst mich ja dir weh. Nein, ich zwinge dich zu gar nichts. Nichts, niemand. So, wo sind die anderen? Hä? Das sind Tauchklamotten. Ih. Wenigstens kriege ich die Nieten wieder, die bei denen stecken bleiben. An der Decke ist nichts. Gut. Safety now. Äh, was ist das? Oh, mach da zu. Die meisten Überlebenden sind so. Splicer. Sie sind jetzt drogensüchtige, bösartige Raubtiere. Das waren sie immer schon. Naja, ich beende hier mal den Part. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020